Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 20. Wir sind in den Level Challenges unterwegs. Lockdown don't allow more than 20 Passing Yards. Zwei-Sterne-Ausforderung heißt, wir dürfen nicht mehr als 20 Passing Yards zulassen. Dann schauen wir uns den Spaß hier doch mal an. An der 40-Yard-Linie haben die Tampa Bay Buccaneers, die sind hier zu Gast bei uns im AT&T Stadium, den Ball. So, zwei Minuten sind zu spielen. Also, wie gesagt, Passing Yards müssen verteidigt werden. Ich gehe mal in die Cover-3-Sky-Defense hinein. Die dürfen mit Pässen also maximal an die 20 Yard-Card kommen. Da haben sie schon mal die erste Completion und den Hit und das ist ein Turnover. Ja, und damit würde ich mal sagen, haben wir diese Challenge gleich mal im ersten Play. Aber souverän geschafft, oder? Und was, gehen wir über... Nein, wir reden nicht über... Ich dachte gerade, wir würden über das Spiel reden. Da habe ich mich jetzt geärgert. So haben wir unsere Maximum Stars geholt. Alles gut, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschau. Tschau.